Halli, hallo mein lieben Homies, willkommen zu einer neuen Tagesquest von Assassin's Creed Origins. Ich sag mal, neun Tagesquest, ehrlich gesagt zu einer weiteren Tagesquest. So, ich hab natürlich auch mit Reda gesprochen. Und wir sollen die verlorenen Lieferungen finden und bergen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Also, let's go, Momycam. Na gut, let's go, nämlich zurück, weil let's go ist für Bo. Unser Reitier. Ne, können wir eigentlich auch mal wiederholen in den Sack, ne? Ne, hat genug Urlaub gehabt. Ne, haben wir mal eine gute Sehnung mit dabei. Schickt schon mal die Lage, das ist hier, glaub ich, wieder der Hygienbau. Klatschen wir weg. Klatschen wir alle weg. So, nun, Kim. Noch ein Stück hier. Dann spring ich ab. Aber sowas von. Na, Platz hier. So. Unser Doppelkling, ne? Hauen wir mal wieder raus. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall eine nice Sache. Macht auf jeden Fall Bock damit. So eine Art so ein richtiges Gemetzel, die mit den Kuhn. Also jeden auch noch eine Chance lassen. Wir sind nur vom bösen Geistern besessen. Die sind alle am Schlafen. Also Tiere töten wir schon mal gar nicht, ne? Alles cool hier. Also unsere Red Light Höhle ist hier wieder. Mal dunkel. Ich stehe da natürlich woanders hoch. Das läuft ja heute richtig bei mir. Mann, Mann, Mann. Bobike, lass doch los den Kack da. Ey, spring mal den halben Meter runter. Das geht mir auch auf den Sack. Warum gibt das nicht hier nicht einen Knopf, dass man einfach was drückt und der lässt dann komplett los. Sehr schön nice. Damit haben wir unsere Tagespässe heute wieder abgeschossen. Was bekommen wir denn? Die Räder sagt, das ist das. Oh, ein weiteres Schwert. Berserker, legendäres Sichelschwert. Okay. Müsst du auf jeden Fall auch nächstes Mal testen. Gehen auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen durch, immer. Ne? Heute kommt noch eine Runde Fortnite. Und das war es eigentlich schon mit den Videos für heute. Weil irgendwie spockt das Internet. So, Mumikam. Komm, wir sind am Start hier. Sehr schön. Meine lieben Mumis, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Tagesquest. Auf Wiedersehen.